moin liebe angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen session als ich heute morgen aus dem haus raus bin habe ich nicht gedacht dass das schon wieder so unangenehm ist aber wir sind nun mal am norwegischen meer norwegian sea am europäischen nordmeer da ist mit solchen wetter hin und wieder zu rechnen viel wasser was verdunsten und wieder abregnen kann ist wie es ist wir sind heute unterwegs an zwei verschiedenen positionen und schauen uns dort jeweils anderthalb stunden an wie wir mit ein und demselben setup abschneiden ich habe extra darauf geachtet dass die verhältnisse von der tiefe ja ähnlich sind aber wir durch die position eben unterschiedliche ergebnisse kriegen könnten und zwar waren wir unterwegs einmal auf f5 hier oben unser namenloses österreich plateau ingenskirchen wurde übrigens erst nachträglich hier straffiert eingebaut ursprünglich waren das nämlich gar nicht vorhanden es gab dieses dieses jenes solches das da und das kam erst später so in dieser optik dazu wissen viele gar nicht mehr sei an der stelle nochmal hinzugefügt und dieser bereich hat so etwa 50 bis 60 meter tiefe welcher gewässerabschnitt hat das noch hier am nordmeer genau die 55 meter unser zweiter spot für heute das heißt wir werden anderthalb stunden hier oben stattfinden lassen und danach wandern wir hier nach osten rüber und gucken uns auch auf 55 metern mal genauer um das ganze machen wir mit einem setup das recht mainstreamig aussieht aber nun mal mit immer am besten fängt nämlich eines mit natural squids in den beifängern wir schauen oben unser setup ist so zusammengebaut dass wir auf grundlage unseres verschleißes mit einem schock leader von 181 kilo und 17,4 kilo verschleiß in etwa auf 150 kilo im schwächsten glied kommen auf dem pilca haben wir einen 6 0 haken von tristar in den zusatz haken heute mal einen etwas im verhältnis schwächeren haken von simmons marine series hier auch ein 6 0 das sage ich deswegen weil es laut der offiziellen listen die uns so vorliegen community intern einer der haken ist die verhältnismäßig eher nicht so stabil sind wie andere zum beispiel der hier unten genau orange elemente gibt es hier oben drauf zum hunter und ein großes köhler filet hier unten haben wir überall 8 0 haken von mega raptor drauf sehr stabile haken sehr hilfreich für große drills einmal hier oben auf den schon etwas abgeranzten violetten natural squid mit blauen perlen gelb mit gelb orange mit orange schön mainstreamig und standard jetzt immer schwierig was nimmst du nimmst du schwarz oder nimmst du blau oder was nimmst du wahrscheinlich ist schwarz noch näher dran an violett als blau aber das ist einfach eine geschmackfrage die könnt ihr auch tatsächlich ganz nach eurem eigenen bedürfnis lösen müsst ihr euch also nicht unbedingt an mir orientieren ich zeige euch jetzt einfach mal was diese insgesamt drei stunden an zwei unterschiedlichen positionen ergeben haben und freue mich natürlich über eure berichte solltet ihr das ganze auch nachtesten dafür ist die kommentarzeile wie gesagt immer wieder gerne verfügbar nutzt sie gerne schreibt mir eure erfahrungen wenn es auch mal nicht so läuft ich kann es verstehen es ist nicht immer eins zu eins dasselbe aber ich freue mich auf eure berichte gut lasst uns loslegen ich bin gespannt film ab ich gehe heute ganz entspannt rein wir machen einfaches pilken die spannung für mich wird sein zu gucken was ist denn heute hier auf f5 los ich war lange nicht mehr da ich habe aber auch per se nicht die besten erfahrungen mit dem plateau bisher gemacht deswegen hoffe ich dass wir aus einer kombination dankbarer squid köder hier heute möglichst viel profit ziehen werden und das sieht aber auch mit dem ersten einstieg schon mal nicht schlecht aus da können wir direkt erstmal euphorisch starten würde ich sagen recht stattlicher bis ein bisschen locker lassen tut er auch wahrscheinlich ein einstiegs lump wenn ich raten müsste wir gucken mal gucken wir fangen nicht mit lump an wir fangen heute mit kabeljau an 12 kilo zum einstieg in ordnung das könnte was größeres werden der 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 wumms den habe ich gemerkt oder es könnte was gutes sein jetzt hier bleibt dran bleibt dran bleibt dran das war ein schöner wums das war ein richtig schöner ja 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 das war ein richtig schöner wums jetzt hier gerade wenn das ein seetor ein see hier seewolf ist dann haben wir gute chancen glaube ich diesmal komm mit wirbel bitte fünf meter noch jetzt könnte es möglicherweise ein kabeljau sein ok so ein großer kabeljau 34 kilo das schön ist schön doch so schlimm hat er sich auch nicht angefühlt sage ich euch ehrlich einstieg auf den hunter diesmal nicht auf den sieben er ist auf den achter gegangen es müsste orange gewesen sein oder gelb gelb und der hier ist auch auf gelb gegangen also orange hat bisher noch nichts gezogen anscheinend er ist noch komplett ungebraucht die hier die drei hier haben irgendwie alle schon was ich weiß noch nicht wie ich das mit orange hier so lasse oder auch nicht belassen muss ich mir noch überlegen offensichtlich macht er jetzt mehr druck wird schon wieder kabeljau sein ist das hier kabeljau city heute er macht es wieder spannend hier ich merke das schon hängt unter der oberfläche der nächste kabeljau nehme ich an hallo kommen sie schon etwas unerwartet ein 15 kilo lump ja gut wir sind ja auch in den nachbarbereich abgetrieben da kann ich das verstehen aber das ist gutes silber schön gute größen dabei das würde ich doch als aussichtsreich hier beschreiben zumindest was die größenverhältnisse angeht in der zahl und frequenz kann man das noch ausbauen aber bei 36 kilo kabeljau und 15 kilo lump ist schon ein bisschen was vorhanden an substanz sehr schön jetzt noch so den richtigen seltenen oder sehr seltenen fisch dran so dass wir noch ein bisschen abwechslung kriegen und dann geht's los fisch wird nicht größer ok dann hole ich meinen zwerg nach oben ah wow sehr schön ok ok kalmar 662 gramm das finde ich in ordnung ist auch hier so in diesem übergangsbereich gewesen im norden wir fahren aber jetzt trotzdem mal wieder rein in das zentrale in den zentralen abschnitt f5 ist krass wie oft wir jetzt schon raus geschwemmt worden sind es schon das zweite mal tatsächlich und das bin nicht mal eine dreiviertel stunde dabei bin ich doch eigentlich immer bemüht hier möglichst mittig zu verbleiben aber das geht so schnell irgendwie crazy nächstes kabeljau wieder kabeljau wieder 15 kilo mensch kann ich hier heute mal kabeljau angeln in guten größen geil mal rein auf hunter und auf hunter schön das macht spaß ich mag kabeljau eigentlich ganz gerne als fisch kann man ganz gut mal mitnehmen die trophäe zahlt gut also warum nicht noch ein bisschen bleiben scheint sich zu lohnen oh hallo guck mal da sinken da eine angel lump einfach mal 13 kilo gestreifter seewolf sagt mir doch mal ehrlich 15 kilo lump hier 36 oder 34 kilo kabeljau 13 kilo seewolf da sehe ich doch potenziale oder nicht oder bin ich da der einzige mal hier sinkt bis man das nicht riesig aber darum geht es jetzt nicht also ich denke da geht was ich denke wir haben hier definitiv ein potenzial da mal schnell ein wittling rein das zahlt auch noch mal ganz gut also ganz ehrlich das bringt die nase unabhängig davon dass ich glaube wir haben noch nicht so viel zusammen gut zu kribbeln also ich könnte mir vorstellen dass hier durchaus was geht aber hallo hey eine scholle also unverhofft kommt oft diesmal auf orange eingestiegen orangenen squid ist auch mal eine nette überraschung so am rande ich habe lustigerweise das gefühl dass die fische gerade noch besser werden mal hier in folge so drei richtig wertvolle da geht schon was nice oh ja 1,5 kilo wittling ist der beste bisher im kescher da konnte sogar die beiden hier zusammenschrauben und den er noch drauf packen und kommt gerade so an das ergebnis krass ich dachte jetzt kommt hier köhler hoch an norman wittling noch mal ein bisschen größer als der hier super so letzter fisch dann kriegen wir noch mal was mit ein bisschen druck dahinter sehr schön gibt das jetzt den abschieds lump klassischerweise ich würde mich nicht wundern es schreit für mich förmlich noch mal nach einem kabel hier eine scholle mit 2,5 kilo was eine überraschung sogar die zweite jetzt hier schon sehr schön ja etwas über anderthalb stunden und ich finde der kescher kann sich mit 26 fischen hier doch durchaus sehen lassen wir gehen mal kurz nach dem gewicht rein 35er kabeljau etwa 23 kabeljau 15er 15er lump 13er seewolf also sind ein paar schöne größen dabei auch hier die wittlinge wie gesagt ich bin mal gespannt was das im verkauf dann gibt so aber wir fahren jetzt noch mal weiter und zwar auf die nahe gelegenen 55 meter wir haben ja hier auch rund 52 50 bis 60 meter tiefe jetzt gucken wir uns einfach noch mal an was die fang resultate auf der anderen position verraten 5 meter so erster fisch auch hier kabeljau mit zehn kilo okay also auch auf dieser 55 meter ist der vertreten frage ist er auf den pilger eingestiegen oder auf die beifänger er hat den orangenen squid genommen okay der der auf der anderen position am anfang wenig zu melden hatte dann aber so langsam warm wurde der hat jetzt hier direkt als erstes mal präsenz bewiesen bin gespannt ob er das weiterhin tut oh hallo was sehe ich denn da aha darf ich dich wo landen 7,9 kilo seeteufel ja hallo ach was bist du schön hässlich aber hässlich zahlt zum glück gut am nordmeer klasse ok den hatten wir zum beispiel auf der anderen position gar nicht hat sich auch gar nicht den pilger geschnappt wie ich angenommen hatte sondern den violetten squid schön die zahlen bisschen was und schon ist meine motivation wieder zurück herrlich wow 2,7 kilo wittling hey hey auf den orangenen squid also das was der orangenen squid am anderen plateau erst sehr spät von sich gezeigt hat zeigt da hier allerdings sehr früh muss ich sagen ui junge das war ja schon fast richtung trophäenmaß alter aber wenn man mal ehrlich ist wir haben schon eine menge potenzial die heute gesehen ne lump seewolf wittling gut der kabeljau der war noch über 15 kilo entfernt aber trotzdem gute größe schon mal also ich sehe dadurch aus können bei dem köder bei den spots hier sowohl der eine als auch der andere das natürlich schön andererseits wenn wir gucken wir stehen jetzt 33 minuten haben neuen fische gut ich war zwischendurch mal ganz kurz unpässlich aber wo waren das kann ich gleich hier zwölf minuten so ganz kleinen zeitraum ja ja schöne überraschung beim seehecht hier mit 3,2 kilo also ich muss ja echt mal sagen der spot hat eine menge überraschungen parat ich habe schon gehört er soll sehr köhler und lump lastig sein bisher kann ich das noch nicht bestätigen also ein köhler okay aber das ist ja wirklich noch im grenzrahmen ja mach stress jungen mach stress endlich mal hier ein druck dahinter das wird dann zumindest mal kein kein wittling mehr sein alter falter ok drill timer denke ich es sieht mir so aus als ob ich hier einen drill timer brauchen werde er ist gerade wach geworden der kollege da unten glaube ich das ist ein schöner druck ist ein sehr schöner druck muss aufstehen es hängt ein butt drunter ist aber auch ganz schön groß oder du siehst aber groß aus so viel terz hast du aber gar nicht gemacht ist gerade etwas komisch versuche ihn mal vorne unter den bug zu ziehen sieht schon etwas etwas stattlicher aus oder 65 kilo ok in unter sechs minuten denke das wird uns ganz gut was reinbringen der hat aber wirklich wenig terz diesmal gemacht und am anfang scheint er auch ganz gut mit geschwommen zu sein denn ansonsten hätte ich das nicht erklären können warum sich das so anders anfühlt als butt aber schön das ist vom resultat her finde ich sehr angenehm ja also ich sag mal butt kann man immer erst mal annehmen aber man hofft ja trotzdem auf alternativen ui aha unerwartet gebe ich zu 3,7 kilo königskrabbe oha das ist manker wenzmann ich glaube so groß habe ich den noch nicht gezogen ich glaube so groß habe ich den noch nicht gezogen nicht gerade wo bin ich gerade fünf kilo hatten wir schon mal okay kann ich mich zwar nicht mehr daran erinnern aber der ist trotzdem nicht verkehrt von der größe und ergänzt hier das raster nach einer stunde 20 durchaus immer noch sehr üppig und bezahlen da bin ich mir sicher schön schön wirklich so gucken wir mal kurz rein der hat den hunter genommen das ist meistens so dass die auf die pilka gerne einsteigen das ist halt auch genauso informativ wie nutzlos dieser dieser punkt weil auf den hunter einfach alle möglichen fische immer mal wieder einsteigen das heißt das ist wirklich eine glücksfrage wann da mal die königskrabe dazwischen ist und da gibt es eine klische auch nicht schlecht auch auf den ne diesmal nicht auf den hunter diesmal auf den squid orange ja aber wir hatten ja auch schon an dem vorangegangenen spot die scholle zweimal jetzt kommt hier mal die klische zum heilbutt also plattfische unterschiedlicher arten die sich da einfinden auf unsere köder ach so ja die scholle die wollte ich mir nochmal angucken auf was die gebissen hatten auf orange und auf auch orange also orange scheint hier anzusprechen der boot hatte violett genommen ist ja klar der muss ja wieder was anderes nehmen typisch ich glaube das ist ein super trophy heute sieht so relativ groß aus 220 plus ne 266 von toto 50 wahnsinn das ist schon beachtlich das ist schon echt beachtlich schaut euch mal die größe an wahnsinn da schaue ich mir jetzt auch noch mal ein profil an bei dem kollegen wichtig ist momentan ist immer noch alles verdreht statt y-taste müssen wir die z-taste drücken alter falter tatsache hier super trophy heilbutt wahnsinn auf den hunter 1000 richtig schöner klassiker heftig wirklich heftig der hängt zu recht im hafen würde ich sagen gut ähm wir haben auch noch was zu untersuchen erstmal gucke ich ganz pro forma rein ob wir hier was abgeben könnten und stelle fest die klische ist nicht dabei der seehecht auch nicht also hier brauchen wir uns gar nicht weiter aufhalten das heißt nichts zurückhalten und noch mal zurück zum kaffee rennen wir können direkt in den verkauf starten so die erste stunde anderthalb stunden auf der f5 waren wir unterwegs haben hier vom kabeljau bis zur scholle gezogen und wir sehen schon kalmar mit 42 silber 13 kilo seewolf mit 104 silber dann haben wir hier 34 kilo kabeljau mit 97 silber 1,5 kilo wittling mit 55 da kommt schon einiges zustande würde ich mal sagen so insgesamt anderthalb stunden kommen wir auf ein resultat von 900 silber das sind im schnitt 600 das war die erste stunde anderthalb das war die erste stunde anderthalb drüben auf f5 ich würde sagen das war schon mal ganz ordentlich und dann ging es ja noch weiter dann waren wir noch mal auf 55 metern angefangen mit einem kabeljau von 28 silber hier der seeteufel mit 121 für seine 8 kilo das ist echt eine menge fast ein hunni für 2,7 kilogramm wittling und die zahlen ja immer noch weiter hier mit einem seehecht noch dazwischen 238 silber für den heilboot 141 für die königskrabbe also das hat sich auch definitiv mal gelohnt und da gehen wir nach anderthalb stunden mit 1008 silber raus also auch hier deutlich über 600 silber reingeholt um ganz konkret mal zu sagen 672 silber also egal ob wir mit diesem setup auf f5 unterwegs sind oder auf 55 metern die tiefe ist ähnlich die fische etwa gleichwertig gut und es lohnt sich auf jeden fall das mal unter die lupe zu nehmen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal